Hallo und herzlich willkommen zurück zu Green Hell Staffel 1. Ja meine lieben Freunde, wir spielen mal wieder Green Hell. Heute wieder die Herausforderungen und dann Google direkt mal Green Hell, Herausforderungen. Ja. Ja. So. 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 Lager aber dazu muss man erst mal gucken in den Steuerungen wie man das öffnet der gibt es nicht so ein Kompass und die Katze öffnen und da werden wir mal schauen schon, schon, schon ja 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 mal gucken, mal gucken da ich höre es schon das dauert immer so lange ja das finde ich immer ein bisschen blöd ja 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 m m m m m m m m guck mal in die Steuerung Optionen Steuerung Tastbelegung m m ja schon mal vorher zurückwärts, links, rechts, laufen, ducken springen angreifen block zielen werfen, stein werfen Ziel abbrechen Zielsicherheit demontieren pflücken Rucksack Tagebuch Karte Navigations- und mit 10 mit 10 so so das heißt C ist das F war das da muss noch mal gucken ja das kann jetzt ein bisschen dauern, das ist aber hoffentlich nicht so schlimm ein wie geht eh hm 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 ich bin nicht mit dem einen zwar knochen Kümmern die Mahnessen Kompetenz einfach ich denke mir nicht die Herausforderung Essen Geltige Sonne, Minus, ja, ja, moin! Okay, okay. Wir schauen mal, wir schauen mal. Aber wir müssen nach Westen, weil, warum sonst heißt das weh, ne? Das ist hier sinnlos. So, hier sind Larven, die kann man auch essen. Ich will mich ja stehen lassen. Ähm, Essen. Essen, so. Ja. Ach, wir gehen jetzt einfach so beenden. Da schauen wir heute mal wieder nach. Ein bisschen bei Multiplayer rein. Ähm, also gehen bei einem noch jetzt in den Multiplayer-Modus. Und, ja, ich hoffe mal, wir treffen einen, der viel gebaut hat. So, äh, hier. Die Typen. Ne, 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 ja. Mann, bin ich müde irgendwie. Ich bin ja, ich weiß aber nicht warum. Ja. Ich kann so ich nicht sagen. So. Oh. Die haben definitiv was gebaut. Das sieht schon gut aus. Lol, die bauen einfach so ähnlich, was so ähnliches wie ich. Lol, was haben die denn da? Sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, ich wusste gar nicht, dass es auch gibt. Die haben genau da gebaut, wo ich gebaut hab. Haben hier auch so gebaut. Äh, hier ungefähr. Die haben das gar nicht so schlecht gemacht, ey. Nicht schlecht verspricht. Die hatten die Idee. Ähm. Du, äh. Okay, das war das. Also, ich war definitiv nicht. Ja, also, was soll ich sagen. Ähm. Die haben hier definitiv ein bisschen gebaut, so. Sondern ja weggehen. Die kann man hochgehen anscheinend. Und, äh. Hier ist so eine Aussicht. Ähm. Ja. Was noch? Irgendwas noch. Ähm. Ja. Die schönen 4K. Die schönen 4K. Alle sind Wunderperski. Ähm. Ja. Ja. Die schönen 4K. Alle sind Wunderperski. Aber ja. Okay. Mehr, äh. Gibt's auch nicht so zu sagen. Das kann man auch spät beuschern. Da oben sehe ich schon. Die haben hier, ähm. Da hat alles angepflanzt. Genau. Das sehe ich hier. Kleiner Setzkasten. Da kann man das Zeug, äh, bisschen was pflücken. Hier kann man auch so runter gehen. Easy. Nehm. Auch kein Problem. Äh. Es sieht eigentlich cool aus. Hier haben sie einen Lagerkisten. Oder haben sie einen Lagerkisten. Wo ein bisschen was drin ist. Ähm. Hier wollen sie auch irgendwas bauen. Äh. Hier leben Ziegelstein. Ähm. Wir können ja auch mal hier das holen, was immer in der Tasche dran ist. Wir haben auch schon was gebaut. Hier ist großer Stein. Ähm. Also sieht nicht schlecht aus. Ähm. Wenn man mal herguckt. Die ist bestimmt für mich auch was drin. So. Ja wunderbar. Was geht da? Das ist, ne? Also. Also. Alles, wie immer. Guck mal, her. Da war auch was gebaut. Wie ich. Ja Moin. Also. Na. Das ist so gern. Aber okay. Ist nicht schlecht. Also die hatten die Idee von mir wahrscheinlich haben sie auf YouTube geguckt. Ha. Und äh. Und haben dann geschaut, was er so gemacht. Naja. Aber. wenn ich nicht so gut gebaut haben es ist noch nicht das ganz große den haben sie vor allem glaube ich wie es aussahen um ich komme ein bisschen dann mache ich stopp auch irgendwas mehr ist ja auch nicht okay aber lass ich und dann würde ich sagen mache ich stopp mach ne kleine Pause wir sehen uns nachher wieder wie jedes Mal mittlerweile ähm und ähm und dann bauen wir ein bisschen weiter an unsere Titanic äh die wir da schon angefangen haben es wird geil aber jetzt habe ich jetzt auch ein Projekt mit der Titanic und wie in der Stadt 1 auch ähnliche gehen wird Prozent so relativ wahrscheinlich wahrscheinlich aber naja okay 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 ähm da mache ich jetzt klein stopp wir sehen uns dann einfach gleich wieder und dann ja bis gleich ich bin wieder da ähm und ja dann gehen wir direkt mal in den Einzelspieler Modus ähm Tag 6 und 6 und 20 ach sorry ähm und dann dann mal gucken ich trink mal nebenbei was mh 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 dann das auch mal hier ähm m schützt man mit ins Neckermann Peter Boppel das Zeug man bis in die Mitleid sie sind kein Problem die Schokolade das passt nie mehr Nüsse und Tränen hier kommt noch ein drinnen ja hier passt schon hier passt Martin er hat so dreist hoffentlich reichen und wir schauen einfach mal wir gehen mal schlafen ich bin es wird nämlich dunkel um das Schaub das Schaub so noch mal wollen sie ein bisschen ausruhen nun 7 Uhr passt so da zieht man wieder eine Wolke vorbei die Dose mit einer lange Wolke um und sie ist die Sonne Tuki die Zielsitzung er hat in den Durkungen die Hattelzimmer kurz überliegt wenn gut m m hat ich überlegt auch wenn die jetzt bei mir geht dort irgendwo auf geht es um denn es dort um es sind gibt es noch mal hier hier müssen sie irgendwo untergehen wenn sie dort aufgeht weil die bewegt sich ja okay er erinnert in der heutigen Folge in der heutigen Folge wollen wir mal hier die Seile fertig machen da fehlt uns noch ein paar die holen wir mal eben das ist ja kein Problem und dann ja da die der viele Seile die wir hier haben hin mh 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 da drei brauch ich noch so okay ähm dann kann ich das jetzt mal dort rein und dann ja mh da hätten wir nicht noch hier drin was gab mehr ich dachte schon ich dachte schon so 1 2 3 perfekt da haben wir das erste Rahmen hingestellt ähm ich weiß nicht wir gucken mal ich hätte gern jetzt mal eine Leiter so die Leiter die kriegt man ja hier ne genau genau ich hätte eigentlich gern mal normale die soll aber hier so ja hier so so dazu brauchen wir einen langen Stock das werden wir alles jetzt mal eben holen ähm und ja dann dann schmerzt und baum und zwei lange Stöcke hier zum Baum der die die er hier sollte passen um alles gar kein Problem so und der sollte lange Stöcke bringen genau eins der zweite haben wir hier noch einen zweiten ne anscheinend schade hätte ich mir gewünscht dass wir hier direkt noch einen zweiten haben aber also mitbekommen aber es war ja nicht so er ist auch nicht so tragisch können ja das ist ja noch nein nein er bekämpft er noch um so einen kleinen m Baum noch die Medizin fällen das aus die Kampel kommt da raus mal schauen ja da kommt das heißt damals zwei Stück und dann gehen wir den Prozent wenn wir das jetzt erst mal da reinstecken und Prozent da denn haben haben wir schon die Leiter fertig geboren ich glaube nicht mehr er hat das geht noch ein kleines Stück oder sowas die wir dann noch einsetzen müssen um aber okay hübs 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 jetzt wir noch Stöcke die haben wir natürlich nicht da drinnen um aber die sollten leicht zu finden sein damit müssen wir jetzt nicht extra alle welche Prozent so ein Baum fällen so jetzt sind ja direkt vier Stück das passt Prozent und dann wird mir direkt die Gitarre ein um Minden ab so der andere etwa genommen hat viele Seile aber das soll jetzt auch nicht so dass halt so größte Problem sein m n 2 ein die vier gibt man nicht um und er hier einmal einen und 4 Prozent und die Stimme dann auch Plötzlich ist hier wieder eine Wolke der Schicht nicht bei dem Spiel erst haben wir keine Wolke das heilige Sonnenschein um aber dann Prozent zum Park mit einem Modell ich bin Prozent weiter hergestellt Köln brauchen wir nur irgendwas und mit wir drauflaufen können ja das feinem Dach Seiteneingang können wir draufstellen können wir Prozent können wir drauflaufen aber fein auch wieder immer mal dabei um das heißt wir brauchen trotzdem irgendwas was wir auch also auf dem Dach haben kleiner Unterstand und ja so kann es natürlich ein bisschen ich bin so eingangs die das ist vielleicht irgendwie wenn man mal hier hoch geht und das hier draufstehen schaden wochen wir aber das dann geht ja nur das Schaden schaden weiß trotzdem nicht wie wir das machen wollen kommt zwei ins Buch durch um aber ich würde sagen um dass wir nächstes Mal im Multiplier um gucken wie die das gemacht haben um da will ich aber nur ein bisschen der das so ähnlich gebaut hat um dann hoffe ich einmal und kann gucken wie er das so gemacht hat da will ich nämlich dass dann auch so um machen wie die und dann ja er würde ich da auch noch was daraus machen dann habe ich den vergleich so und dann muss gucken wie ich das mache und das machen wir dann in der nächsten Folge das kann ich auch noch deponieren oder wie das heißt ähm und ja das wäre dann so meine wunderschöne Idee gehen um da wo okay ähm ich bin jetzt da mein halb Röntgen mehr um um aber okay Prozent Wortmann wieder und nach von der Wunderschöne vorliegen um und ja ich kann nicht in der Zeit ein auch wenn wir hier drauf springen oder auf anord Prozent bitte Prozent 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 das bricht das zu sagen das bisschen blöd wenn du hier liegt alles zusammen die die wir die wir aber wir schauen einmal wie die das alles Prozent gemacht haben und dann die hoffen einmal dass das Prozent Paus gut um um dann haben wir das heute mal wieder wunderschön geschafft Prozent und ja okay okay Naja gut, ähm... Da würde ich jetzt aber wirklich sagen... Das war's mit dem wunderschönen Video, ähm... Lasst gerne einen Like da, Abo... Ähm... Teilt das Video, was es noch so gibt. Ähm... Und, äh... Dann, äh... Würde ich dann mal sagen... Das war's mit dem Video. Ich bin schon. Und, äh... Da sage ich, tschüss! Und auf Wiedersehen! Tschabby! Und, äh... Und, äh... Und, äh...